Was hast du in Berlin angefangen? Ich habe ganz klein angefangen zu segeln in Berlin auf einem ganz kleinen See. Ich habe davor verschiedene Jugendbootsklassen gesegelt und bin 2007 zum ersten Mal in eine olympische Bootsklasse gestiegen, den 470er und 2011 in den 49er FX. Den segel ich jetzt noch. Im 49er FX war ich mit meiner Segelpartnerin auch bei den Olympischen Spielen in Rio, was für uns bisher das größte sportliche Erfolgserlebnis war und wir wollen auf jeden Fall bis 2020 bis Tokio weiter segeln. Also eigentlich hat meine Mama mich zum Segeln gebracht, weil meine Mama schon immer gesegelt ist und meine Mama mir Segeln beigebracht hat. Und von daher habe ich in den Jugendbootsklassen eigentlich nur aus Spaß gesegelt und das gar nicht so richtig ernst genommen. Und ab dem Moment, wo ich dann im Landeskader trainiert habe, da habe ich dann gedacht, okay, Segeln ist schon was, was nicht nur noch mein Hobby bleiben soll, sondern was ich auch professionell betreiben will. Also in erster Linie ist Erfolg immer motivierend, aber ich segel eben ein Boot, was man zu zweit segelt. Das heißt, meine Segelpartnerin und ich und wir verstehen uns supergut. Das heißt, wenn es denn da Misserfolge gibt, dann können wir uns auch gegenseitig wieder pushen und gegenseitig motivieren und haben einfach Spaß am Segeln und das motiviert dann auch am Ende. Ja, also der Smash Award dient ja dazu, Sportler zu motivieren, ihre Social Media Profile zu pflegen und sich selbst zu vermarkten. Und ich weiß selber, dass es als Sportler ganz schwierig ist, diese Vermarktungsangelegenheiten neben dem Sport noch zu machen, wenn man nach dem Training nach Hause kommt und eigentlich total müde ist, sich dann noch ranzusetzen und seine Social Media Kanäle zu pflegen und sein Marketing selber zu betreiben. Aber am Ende hilft es einem so viel und man findet möglicherweise große neue Sponsoren, die einen bei dem, was man macht und auf dem Weg dorthin unterstützt. Und von daher finde ich super, dass der Smash Award sich dem widmet und die Sportler auszeichnen möchte, die sich darum kümmern. Immer Spaß zu haben, würde ich jedem empfehlen, der sich eine Sportart wählt, die er professionell betreiben möchte, weil sicherlich wird es immer Tage geben, die vielleicht nicht so viel Spaß machen oder wo das Training vielleicht hart ist. Aber am Ende sollte es immer eine Sportart sein, die man mit ganz viel Spaß und Leidenschaft verfolgt, weil das bringt einen dazu, dabei zu bleiben.